Und es geht weiter, vielleicht noch ein oder zwei Parts, mal gucken. Ja, wir gucken. Ant's New Home, das ist, glaube ich, bezogen aus irgendein alten Hack von ihm. Da gab es nämlich mal einen Hack, äh, ein Level, das hieß Ant's Home oder so. Oder auf jeden Fall. Ah, okay. Und es gibt eben diese Super Mario Land Arns da, diese Ameisen. Tag 24, working here all day and is looking forward to live here. Working here is very hard. Okay. Terminated, okay. Genau die Ameisen. Ah, die kenne ich aus dem Original Game Boy Spiel. Ja, Super Mario Land, sag ich doch. Cool. Ach ja, hast du gesagt, ja. Und hier die ganzen Sachen, die komischen, was war das, eine Schubkarre, hat er wahrscheinlich auch alles selber gemalt. Minecraft. Wow, das hätte jetzt, theoretisch hätte das jetzt, ne? Hochgehen müssen, ja. Nee, so, nicht so, nicht hochgehen, sondern so ein Mancha. Einfach, dass es wehtut. Nee, es wäre cool, wenn das ein Sprite wäre, der dann so nach oben klappt und Mario dann den Stiel in der Fresse hat. Ja, das wäre natürlich noch geiler. Was das da oben ist, auch keine Ahnung. Das ist, äh... So eine Art Wasserhahn, aber irgendwie... Ja, an der Decke hängt. Keine Ahnung. Ah, das Level ist schön. Ah, das schön ist Level, das stimmt schon. Da kommt eine Ameise geregnet, sehr schön. Nico, bist du noch in Team Fury drin eigentlich? Ist Nico überhaupt noch da? Nico hat gerade Buh gesagt. Ach, das war er, ich habe gedacht, ich habe gerade Halluzinationen, ich weiß nicht. Nein, du kannst davon ausgelassen, dass du keine Ahnungssinationen hast. Dann ist gut. Ich frage nur deswegen, weil es wird gerade extremst flüssig von der Spannung. Pass auf, pass auf! Nee, nee, nee. Und ich will wissen, ob ja noch ein Team Fury drin ist, ob es daran liegt. Könnte auch sein, dass es wegen Team Fury mehr geleckt hat. Das hoffe ich doch, dann ist... Würde natürlich Sinn machen. Ja, stimmt schon. So, mach deinen... Oh. Ja, mach deinen. Ja, das, äh... Nee, die holst du nicht, bitte. Vergessen wir ganz schnell wieder, was wir da gerade gesehen haben. Das ist aber echt cool mit den, mit den, mit den, äh... Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das ist ja unglaublich peinlich. Liegt bestimmt an der Uhrzeit mit den Haken, meine ich, wenn die hochklappen würden. Das hätte echt was. Ja. So, safe state, safe state, safe state. Das ist grad extremst flüssig, lacht das echt an Team Fury? Das will mir dann aber nicht gefallen. Flüssiger denn je, das stimmt schon. Verdammt. Was kommt nun? Dann können wir Team Fury dabei. Aber ich hab doch jetzt extra die neue Methode gemacht, dass es ging. Naja, wie auch immer. Macht doch nix, es ist flüssiger, es ist schön. Mount Rex. Ja, dann war es bisher nämlich nicht so flüssig gut genug. Das sieht schon mal sehr geil aus. Das ist natürlich ärgerlich, naja. Was ist das für ne Musik? Ähm. Die ist mehr als episch. Kenn ich nicht. Und die Grafiken und alles, das sieht richtig gut aus. Hm. Huh. Oh. Unveränderte Goombas. Oh ja, stimmt. Ja, stimmt schon. Und komische Rex ist da oben. Verändert er auch eigentlich immer. Keine Ahnung. Da brauch ich eine Shell. Obwohl, Moment. Ah, ich würde jetzt gerne mal was probieren, weil ich glaub du kannst den... Ich weiß nicht, kann der, kann der, äh, Koopa da oben, kann der die Goombas auch kicken? Nein. Nein. Ich glaube schon. Nein. Probier's dir gleich aus. Da bräuchte ich einen Pilz wahrscheinlich, weil da... Ich wette, hier der Block, den kann ich kaputt machen wieder. Das ist so typisch Mavu-Style. Ja, du darfst es jetzt probieren. Kann sein. Okay. So, du lässt deinen Safestead und ich setz hier ein und wenn ich sterbe, dann bist du dran und umgekehrt. Hab ich... Ich hab doch. Dann passt das wieder. Ich hab doch noch genug Leben, ist doch alles okay. Ja, aber, naja, dann sind die gleich wieder weg, das ist... Ja, mach doch nix. Ist das ein Power-ups? Ne, ist das nicht gut. Ich kenn das nicht. Die Musik ist richtig gut. Geh mal da runter, da war der Goomba. Ne, du musst dich schon festhalten. Ich kann mich an der Seite nicht festhalten. Dann darf ich's jetzt probieren. Aha. Ich hab's wieder vergessen. Ne, das kann man ja nicht vergessen, wenn man da an der Seite ist, dann kann man dafür nichts. Nein, ich hab ja bewusst die Seite angestellt. Aber die Letzte sind scheiße, ich hasse die Teile. Ich bin an der anderen Seite. Ich wette, pass auf, ich wette, mit dir den Goomba kann er schießen. Das wär mir neu. Warte. W. Und hier unten hab ich's... Oh, ich bin aber auch... W.T.F. Finde ich cool. Yellow Switch für mich. Ja. Ja, das Level da, das will ich auf jeden Fall spielen, das hat eine coole Musik, das ist cool. Also cooler noch als der Rest, meine ich. Und wir sammeln wieder rote Münzen, da ist das sicherlich da unten eine. Natürlich. Und dann mach ich den Switch. Oh yeah. Du kommst da auch nicht unten ran. Doch, doch. Hier. Das ist auch cool hier. Ja, das ist cool. Zack. Und der Hintergrund sieht auch wieder richtig schön aus dem Rand und alles wunderbar. Stimmt. Ja. Und die Musik und alles, Mensch, die Atmosphäre hier ist echt super. Komm her, du fettes Stück. Der Armit Shark. Der Armit Shark. Hat auch nichts dafür, dass er so fett ist. Ach, das ist ja nur die Montur, die er anhat. Yo. Zack. Ja, den mach ich aber auch ordentlich kalt. Ja, genau. Ja, Mensch, hast du den ordentlich kalt gemacht, ey. Also Wahnsinn, der. Ja. Ja. War's das halt, Mann. Haha. Ah, ich hättest gedacht, die fallen runter. Ich hätt gedacht, ich fall runter. Ja, das auch. Haha. Du musst unten lang, kann ich jetzt schon sagen. Oh. Ich muss oben lang. Haha, das ist ja gemein. Immer anders, wie ich denke, Mann. Haha. So. Unnötig. Ja. Oh. Ja. Scheiße. Ah, gut, okay. Was war das denn für, was sind das denn grad für Lags? Teamführer ist, äh. Ja. Gerade rausgegangen. Achso, okay. Au, wow, 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 wow. So, jetzt geht's wieder. Okay. Oh, geh mir weg. Okay, dann geht's weg. Dann halt nicht. Was ist da unten? Was ist da unten? Ich hab Angst. Ja, die letzte Münze. Ja, aber was da noch ist, ne? Uah. Ja, genau. Haha. Yeah, du hast's geschafft. Das einzige, was jetzt auch wieder super gewesen wäre, wenn ich in die Reset-Door gegangen wäre. Mhm. Kennen wir ja schon. Ich krieg's nicht hin, so ein Dreck. Egal. Tja, eine Chance hast du noch. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich merke aber, mein Hals lässt langsam nach. Das heißt, so langsam sollten wir vielleicht wirklich aufhören, aber meinetwegen kann man noch ein bisschen spielen. Weil dein Halsweh nachlässt? Nicht Halsweh, mein Hals an sich. Ach, dein Hals lässt nach... Ah. Ja. Ich dachte gerade, hä, dein Halsweh lässt nach, wir sollten aufhören, hä? Ja. Hat irgendwie keinen Sinn gemacht. Achso. Ich hätte mir denken können, dass ich mich verhört habe, aber... Naja. Ja. Ich kann nochmal einfach auf die geile Musik hinweisen, die ist so schön. Huisha! Ja. Kannst du ja nochmal den Goomba kicken lassen, der war cool. Nee, ich... Ich stirb nur da unten. Ohoho. Aber ehrlich, ich hatte keine Ahnung, dass der den Goomba kicken kann, aber es war einfach mal so eine Intuition. Ich hab keine Ahnung. Das wusste ich auch noch nicht. Das wusste ich auch noch nicht. Das wusste ich auch noch nicht. Ob das so gedacht war von ihm mit dem Goomba? Ich hab keine Ahnung. Mit Sicherheit. Wozu ist der sonst da? Und ist er extra versteckt? Hast du recht. Es gibt keinen anderen Goomba wahrscheinlich in dem Level. Ja, okay. Huah! Nee, weil da war er eben gerade... Und du kriegst auch nirgendwo ne Schelle oder sonst was. Doch, da war eben Koopa mit ner Schelle, aber da hättest du ein Panzeropfern müssen, ein Nebenopfern müssen, also ein Pilz. Uhuhuh. Na, ich weiss, wie du meinst. Ja. Da war eben einer in einer Grobe, richtig. Dü 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 dü. Ist auch krank, echt. Höh! Sehr schön. Alter! Da war doch bestimmt irgendwas, war doch da oben beim Wasserfall, eh? Eine Yoshikon, würde ich mal sagen. hochgehen lassen sich jetzt ein selbst in die hoch das geht ja sogar richtig wird nichts passiert ja richtig nachkommen wenn ich schon da bin fehlt mir aber die allererste oder wollte ich schon ich hab dir am anfang die habe ich ausgelassen glaub ich jetzt zurück und hol die mensch ganz am anfang natürlich ne ohne scheiß ich will wissen wie die musik heißt die ist geil musst du mal aufraschen ja dann mach ich mal vielleicht guckt er sich ja wirklich bisher noch an naja warum nicht ich meine ich werde das ist hier so part 35 oder so aber gut nein um gottes willst du nicht part 35 vielleicht part 15 oder so ich habe keine ahnung ich kann dir sagen dem video park ist es kannst du gerne mal kurz nachgucken wenn du lust hast okay aber dann lächst du kurz ja mir ist das egal macht man ruhig und der wird jetzt wahrscheinlich kurz nicht aufnehmen wir sind ich mache drei part 10 ach echt erst das ist gut echt erst part 10 ich hätte gedacht wir sind schon weiter sag mir wenn ich wieder richtig spielen kann gut das wäre ja auch nett ja gut gemacht sehr gut gemacht epic skill auf jeden fall ich bin ja mal gespannt was der komische ja richtig was der komische chainchomp dazu bedeuten muss sein bestimmt nicht dass es ein chainchomp level ist bestimmt nicht quatsch kommst du denn auf solche abstrusen gedanken alter alter ich durfte die 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 brücken sehen wieder cool aus ja ich wette der ganze scheiß darum ist nur für eine joshikon pass mal auf da ist nur eine joshikon und ich wette bei den anderen das auch neben das hole ich mir ja kannst du auch noch einen pilster holen mit komischem gameblock yay sehr cool hahaha hast du dir so gesagt so wir sagen ich darf keinen chuck als fett beleidigen aber den armen kleinen kooper als letzter der hat dir überhaupt nichts getan der wollte mich umbringen denn hat voll das attentat ausgeübt ja aber er wusste ja dass du auch eine shell hast das war so eine art bayblade kam leider genau ich habe keine ahnung mehr also bayblade mäßig ich habe sogar eine arena habe ich auch eine arena eine bayblade arena und ein bayblade aber ich hoffe mal nicht so neu äh nicht so neu von dir nein sehr alt bayblades waren schon was selbstverständlich ja die waren schon ganz interessant hi ah ok bei uns hat sich mal einer ein finger gebrochen mit dem bayblade aber wie hat er das denn gestellt ich hab noch überhaupt nicht gesagt muss ich mal ganz kurz loswerden wie geil ich den schlüssel fände der schlüssel sieht gar nicht nur mal ganz kurz selber gemacht so jeder hat sich jemand mit dem bayblade der hat eben wollte eben eingreifen bei so einem scheiß arena-kampf hat sich der ordentlichen finger gebrochen alter naja wenn du die dinger ordentlich mit metall verstärkt hast und so was mache ich da für eine schlüssel ach so waren das dann so richtige metal bayblades jaja wir waren schon wir waren da die harten echt du hast irgendwie alles gesuchtet und findest im nachhinein dann aber doof kann das sein ja das ist ja klar weil wenn du überlegst wenn du für so einen scheiß bayblade da damals du sagst mal du hast 15 euro für so ein bayblade ausgegeben dann hast du dir dafür eine arena gekauft und ja hier der attentat rüber den fahrer wenn ich mir überlegt wenn du hast den verarscht ja aber er war wenn ich mir überlegen wie die ganzen power ranger figuren gekostet haben die meine eltern mir kaufen mussten wir haben schlimmsten also bei mir ist es am schlimmsten mit äh yugio karten ich habe ja ich habe ja ich habe ja ein deck also ist fertig aber ich habe sogar ich habe sogar mir so ein structure deck mal gekauft was war denn das ist sozusagen eins wo wirklich schon starke karten drin sind und du direkt mit dem ding loslegen kannst das ist also recht gut strukturiert und aufeinander aufgebaut oh es funktioniert ja das war nur block lag das antivio das kann doch eigentlich keine ahnung vielleicht so eine art team viewer und links back dann muss ich auch sein ich verstehe es nicht gerade das wird durchgeflogen ist und wir wüssten nicht warum war was da los ist da hätte man aber auch schließen können dass da werden mitten in der luft ja gut könnte man drauf naja ja ja macht den laden und mach nur mach nur ich will meine schokolade zu Ende essen das kann ich nicht wenn ich spiele das ist logisch wahrscheinlich kannst du schon aber dann wirst du auch nicht so geil spielen ja aber yugio echt also wenn ich mir überlege allein dafür es gab mal so eine so eine so eine so eine auflage irgendwie von wegen die haben einen goldenen rand und goldene schrift und dafür hast du hast du für eine karte 30 euro bezahlt und es funktioniert tatsächlich krass auch nicht die fische gehen wir weg gehen wir weg den scheiß fischen ich habe selbst jetzt gesetzt diese dämlichen fische war muss man die einbauen die sind zum kopf sind voll einfach warum hat der kubber eben warum hat der kubber die schelle nicht gekickt mysteriös weil du zu schnell warst ne guck dir das mal an der läuft einfach durch ja stimmt du hast du hast kaputt gemacht du hast ihn kaputt gesavestated ja schön alles so komische koop team viewer nee was sag ich was würde ich sagen netplay bugs ja irgendwie schon die fische sind doch eigentlich echt kein problem du musst ja bei den fischen immer nur in der mitte naja oder du musst schneller sein als die fischen ja oder das ich finde das eigentlich gar nicht warum habe ich dann selbst ja weiß ich nicht auch man das ist doch das letzte schokostück dann habe ich es auch geschafft ja musst du dir eine neue holen warum ich habe keine ahnung ich habe immer angst wenn er da los springt dass er dann wo auch der erstmögliche gegner wo man reinrennen kann ich die weg und schnell sein schnell sein schnell sein schnell sein schnell sein und hoch 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 ja der will geschafft würde ich schon setzen du kannst jetzt ins bonus geben naja oder auch nicht ich sage mir oder auch nicht du hast 18 du brauchst du brauchst nur 12 ich weiß nicht wie ich gerade auch egal egal ich habe ich habe es ja geschafft weil mich hat gerade noch auf cancel gedrückt aber er hat doch nicht die doch geladen also jetzt darfst du auf jeden fall das letzte fehl wirklich letzte fehl nenn ich bin jetzt gleich naja es ist schon läuft ich würde sagen es läuft ganz gut unglaublich gut also wenn du wenn du mit gut meinst dass du ausnahmsweise mal nicht der schlechtere spieler von beinahe mach dir mal hier und du hast immer noch die geile aktion von vorhin im konto mit der mit der aktion bist du immer noch ganz weit von egal was du für scheiße macht das war so was von glücklich aber gut guck dir mal die zunge von luigi an die ist grün die zunge ja der zeigt die oder was auch immer das sagen so ja stimmt dass der mund den aufmacht kann auch sein sieht aus wie eine zunge jetzt macht die doch da kaputt bitte meine fresse ja das war ich passe aber auch nicht auf es ist ja nicht so dass du schon im ziel drin war weil du nicht 88 plus 18 rechnen rechnen kannst ja zum glück ist nico nicht da der hat sich darüber noch was auch ja so jetzt aber selbst ja es reicht übrigens jetzt habe ich den fels hat auch schon gesetzt also wenn ich jetzt meinen würde es würde nicht reichen dann wäre es zu spät dann das erste mal eine bonus game und wenn das stattfindet das muss ich gar nicht anrufen die druckgung musikian ja ich will ein Fahrrad wird sondern die police die kreis aber die kreisverlager noch erheißt das machen wir aber nicht Ein Versuch gibst du mir noch Warte mal, ich muss mal gucken Da kommt der Stern, okay Warte Du bist halt, du bist halt klein Das heißt du, ja, sehr gut Es gibt, ja, es gibt doch einiges Na, egal Passt du Vier sind doch voll gut Passt, läuft Oh Gott, wir nehmen schon wieder viel zu lang auf Äh, nämlich 20 Minuten Dann Genau, bis gleich